Mein Sala der Sekunden zur Let's Play! Rise of the Tomb Raider! Verdammt, da war ne Säule, Mann! Ich geb die Deckung! Fuck off, Junge! Fuck you! Du bist mein Schutzschild! Warum nimmt er das nicht als Schutzschild an? Opfergabe! Schnauze! Ja! Ich weiß auch gar nicht mal, wie man sich heilt. Also, es gab ja ne Teiltaste. Ha! Ja, warte mal! Ich geh mal kurz jetzt in Deckung. Wie war denn das noch? Ah! Okay! So geht das! Ach, deine Bomben, Alter! Meine Oma macht bessere Bomben! Aus harten Candice! Und ich bin schon wieder abgeschossen! Scheiße! Heute hier nochmal ne ewige Geschichte, aber immer weiß ich jetzt, wie man sich heilt. Oh, ich bin kacke mit dem Gewehr! Wir machen mal ne Gewehrrunde, die wird ganz kurz! Richtig scheiße! Bam! Wuuup! Ja! Hopps, hopps, hopps! Geh mal in Deckung! Ah, ich muss nachladen! Scheiße! Ja! Ich bin hier im dringenden Ding! Ja, sie ist verwundet! Sie bringt gerade einen von meinen komischen Kollegas um! Ja, hier! Bums! Ich kann auch mit Feuerwerk schießen! Geh mal runter! Oh, ist wieder ne Bombe bei mir! Hey, wieso krieg ich da nix ab, Mann! Panzerfotze! Nein, gib mir doch nicht mal ne scheiß Gewehr! Ich will doch keine Sau haben! Ich brauche mehr Money! Oh, nein! Shit! Hier ist ein Fall! Was? Mann! Mann! Komm schon! Zwei von euren... Dullis sind kaputt! Kommen die? Oder? Dann würde ich die jetzt erstmal ausnehmen. Okay, aber ich hätte gerne trotzdem ein bisschen Holz, ne? Einfach nur, ich will diese Rauchbomben-Scheiße, will ich ja gar nicht machen. Ich meine, ich könnte auch damit hier Dingsis machen, Molotows, aber... Beeren! Die werde ich auf jeden Fall brauchen. Trotzdem hätte ich gerne Holz. Richtig, das hast du gut erkannt. Richtig, das hast du gut erkannt. Fuck, Mann! Gerade den Pillerkopf mit dem scheiß mega krassen Hut! Richtig. Gute Gesellschaft. Oh, f... Ihr steht alle unter Beschuss, Mann! Oh... Nein, Mann! Hund! Ja, ich nehme euch mal gerade auseinander. Hast du ein Stück Holz dabei? Ah, scheiße! Ach, fick dich doch, du blöde Henne! Hier, Genickbruch! So, das war gerade wegen einer Wohnung, das war jetzt wichtig. Oh... Herr Owens! Jas! Und ich bin wieder knapp. Scheiße! Ich brauche mehr Holz, mehr Pfeile! Geil! Hier. Hätte ich irgendwas mit Feuer machen können? Welche Rauchbomben, was weiß ich. Ist mir doch scheißegal. Hab ich umgeschmissen. Holz! Ich brauche noch mehr Holz! Halt! Da liegt doch Holz! Boah, geil! Die Holzgötter haben meine Gebete erhört! Ich habe bestimmt da irgendwie krass Feuerfeile machen können. Kann ich das kaputt machen? Ja, ja. Ich will ja nicht meckern, aber das sieht jetzt nicht sehr stabil aus. Oh, wow. Wir lesen erstmal die Akte. Hallo, Akte? Wir haben jetzt schweres Gerät in die Hauptfelder gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artfakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschonten. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich gehört. Sie beteuern nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Ja, das ist dann ziemlich dumm, oder? Halt, Loot nur leveln. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte hoch. Ja, Tasten drücken. Das fängt schon wieder an. So. So. Boah, mit dieser Seilbinde, ne? Das würde viel, viel, viel schneller gehen. Und viel... Weißt du? Oh Gott, diese ganzen kaputten Jeeps und da komme ich gar nicht drauf. Warum? Warum? Oh oh. Ist da was? Boah, mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Ja, aber nicht sehr erfolgreich, würde ich mal sagen. Oh ne. Nein. Let me guess. Ach, scheiße. Ernsthaft? Ohhhh. Boah, ich habe irgendwas gedrückt. Oh oh. Kann ich hier außen rum? Ich sehe doch gar nichts, du blöde Nuss. Doch, hier muss ich lang. Okay. Oh. Naja, immer wenn das Türproblem ist, gelöst. Die wäre auch, glaube ich, offen. Oder es sei einfach weg. Hey, wollte ich denn... Was hätte ich denn machen sollen, deine Meinung nach? Hier so abspringen geht ja schlecht. Hier, dann spring doch mal. Die springt ja auch gar nicht, die dumme Nuss. Ich drücke auf den Springknopf und die macht das nicht. Dann schieb doch mal den scheiß Jeep hier weg. Seilwinde. Ernsthaft? Halt, was ist hiermit? Und das soll ich wahrscheinlich wegschieben, ne? Ja. Das schiebe ich direkt in Abyss in den Abgrund. Ciao. Jetzt habe ich erstmal freie Schussfahrt. Scheiße, wie habe ich denn das nochmal mit den... Ah. Ist das RT, was ich drücke? Ja, oder? Ja. Das mache ich wenigstens ausnahmsweise einmal. Warte. Warte. Mir geht nicht. Hä? Doch. Okay. Muss ich das jetzt kaputt machen? Ich würde sagen, ja. Karacho! Ciao, Kakao! Ich wollte gerade sagen, wir haben ein Problem, Houston. Wie kommst du denn wieder rüber, ne? Daran hast du nicht gedacht. Oh nein. Ich muss mit dem Turm... Ach ne, guck mal, ich kriege jetzt hier in die Eiswand. Cool. Looten und leveln und klettern. Oh nein, ich muss da hoch. Ich weiß nicht wer du bist, du bist bestimmt irgendein Patron. Expecto Patronum und so. Hilf mir mal, Weib. Du bist die mächtige Hilde. Hilde! Für dich! Der Pilte steht mir bei. Das hat nämlich manchmal geklappt. Ja, das ist auch schon mal gut. Eine gute Idee, die Funze anzumachen. Oh. Ich will ja nicht meckern, ne? Aber das könnte jetzt wehtun. Aber ich glaube, das war richtig. Pilze! Nie wie ich kann keine Pilze mehr. Hoch komme ich nicht. Also das sieht nach einer Todesfalle aus. Oder wie? Ich sag's doch. Ich hab's gesagt, das sieht nach einer Todesfalle aus. Und was ist da? Fucking Menschen. Ach, ich muss nachladen. Ja, 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 ja. Bums. Also ich schieße daneben. Ich schieße daneben! Deswegen nehme ich den Baum lieber. Knall sie ab, ja. Du bist aber auch kein Präzisionsschütze, ne? Oh! Du bist ein Präzisionsschütze! Ja, ich melde hier auch Verluste! Schnell, rüber und nachladen. Achso, das ist ein scheiß Becher. Spüre meinen Becher! Oh, dann spare ich nämlich ein bisschen Pfeil-Munition. Oh! Oder auch nicht! Ja, richtig! Du wirst geschossen! Du bist auch so dumm! Du hast halt nen Laser! Oh, oh! Ich seh hier nix! Ich mach einfach das hier! Bums! Oh, oh! Geil! Halt! Hab ich das jetzt genommen? Junge! Das geht so! Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Aufballer. Was, Mann? Ja, ich treffe mal wieder nicht. Ja, echt mal jetzt hier. Ich sehe nichts, aber ich schieße einfach mal drauf. Und mein Handgelenk vibriert wieder. Geil. Junge, ich kann gerade nicht. Geh mal weg, jo. Nein, Messermann. Ich habe Nein gesagt. Sprich dir das scheiß Genick. Ey. Mann, ich sehe doch gar nichts, du Hampelmann. Ja, toll, du hast ein Nachtsichtvisier. Oh, wow. Ich gebe dir Blähungen und ein schlechtes Gewissen. Oh, nicht immer nachladen. Ach, fuck you. Weg mit dir. Drecksgesicht. Das ist jetzt nachgeladen. Willst du noch was sagen, du Hund? Hier, lad mal nach, Mann. Lass mal die ganzen räudigen Köter hier auseinander nehmen. Ja gut, ich würde mal sagen, das wäre es dann auch von diesem Part. Ich habe ja genug gefehlt. Gefehlt? Jetzt kann ich nicht mehr mal richtig sprechen. Nice. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Noch viel Spaß und hohe. Tschüss. ierim peine. Ich habe nichts gelápiert. Puh. hail. T被... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.